. Wer braucht keine Taschenlampe draußen in der Nacht? Wer ist für das Mäusejagen einfach wie gemacht? Wer muss in kein Flugzeug steigen, wenn er fliegen will? Wem ist ohne Winterjagd getrotzt und niemals kühl? Oh, ich hätte gerne Eule und keine Papagei. Eine kleine süße Eule, immer mit dabei. Sie sitzt auf meiner Schulter und was soll ich sagen? Weil die tierisch blub ist, kann ich sie erst fragen. Ich hätte gerne Eule, die auf meiner Schulter sitzt und hat lange Weile. Erzähl ich ihr nen Witz. Was sagt abends die Holzform Mami zu ihren Kindern? Husch, husch, ab ins Brettchen! Will man eine Eule finden, muss man in den Wald. Man kann es gar nicht überhören, wenn ihr Ruf erscheint. Man ruft zurück und hat man Glück, kommt sie angesaust. Doch gib ihr keine Bonbon, schick ihr lieber eine Maus! Ich hätte gerne Eule und keinen Papagei. Eine kleine süße Eule, immer mit dabei. Sie sitzt auf meiner Schulter und was soll ich sagen? Weil die tierisch klug ist, kann ich sie erst fragen. Ich hätte gerne Eule, die auf meiner Schulter sitzt und hab ich lange Weile. Erzähl ich ihr nen Witz. Der kleine kurzsichtige Ile hat mich verlaufen. Als er gegen einen Kaktus rennt, fragt er Weinerlich, bist du's Papi? Das ist mein Lieblingswitz. Den mag ich auch gern. Ich hätte gerne Eule und keine Papagei. Eine kleine süße Eule, immer mit dabei. Sie sitzt auf meiner Schulter und was soll ich sagen? Weil die tierisch klug ist, kann ich sie erst fragen. Ich hätte gerne eine Eule, die auf meiner Schulter sitzt. Und hab ich Langeweile, erzähl ich ihr einen Witz. Stehen zwei Kühe auf der Weide, macht die eine Muuu. Meint die andere, ey, das wollte ich auch gerade sagen.